Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute werde ich mal versuchen, diese Pfütze hier, diesen Tümpel, hier ablaufen zu lassen. Und zwar, leider ist es gesunken in der Wasserstand. Es ist hier ziemlich schlammig. Es war vor ein paar Tagen noch relativ deutlich mehr Wasser erheblich. Und ja, ich versuch's mal. Ja, also zunächst mal versuche ich hier einen Graben zu ziehen. Nämlich hier sowas hier. Und dann ungefähr so hier. Versuche ich das mal jetzt hier langzuleiten. Und dann sollte es, wenn's gut geht, hier reinfließen. Ja. So. Das hab ich jetzt erst mal weitgehend fertig. Das müsste klappen. Die Frage ist nur, ob ich das hier schaffe, durchzugraben. Das ist mir ziemlich schwer. Und die Pfütze ist etwas klein. Könnte sein, dass das Wasser gar nicht reicht, um das hier erst mal zu fluten bis dahin. Aber das werden wir ja dann sehen. Okay. Auf geht's. Na ja, das wird eine Weile dauern. Und übrigens, ihr könnt auch mal bei mir beim Knallfrosch-Vergleich-Video reinschauen. Denn das hat euch ein YouTube-Fehler eine Sperre bekommen. Ist dann wieder freigeschaltet worden. Und hat kaum Aufrufe. Okay, ich muss erst mal noch ein bisschen, ein bisschen hier verbessern. Die Finger kann ich mir jetzt nicht waschen. So, es fließt ab. Aber ich muss hier mal noch weiter graben. Das reicht dann bei weitem noch nicht, ich glaube, um hier hochzukommen. Mist. Naja, so richtig reicht es noch nicht. Aber vielleicht steckt es ja noch ein bisschen. Es läuft natürlich immer noch schön. Also, ich möchte nicht wiederholen. So, paar Minuten später, es fließt langsam los, kurz mal nachgeholfen, jawoll, geht doch. Es muss natürlich erstmal alles ein bisschen versickern, bevor die Menge groß genug ist, aber Stück für Stück bei der Wassermenge geht das doch. So, es gibt ein paar Probleme, weil das hier so sandig ist und nicht mehr lehmig, weil es dort auch immer wieder was ein, versickert das auch zum größten Teil erstmal, bevor es ankommt. Naja, da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Ah, es versickert schon wieder. Hier, sieht man das? Es ist einfach zu sandig. Da muss mehr Wasser kommen. Viel mehr. Ah, das gibt es doch gar nicht. Es versickert einfach. Mann, jetzt muss ich nochmal alles neu ausgraben hier vorne. So, jetzt habe ich mir mal viel Gas gegeben. Und deine Akkus alle. Muss er noch gehen. Und jetzt Vollgas. Flutung. Komm schon. Du schaffst es. Und yes. Und touchdown. Ein mega Wasserfall. Das nenne ich die beste Beschäftigung in der heutigen Zeit am 1. April. Macht Spaß und Laune. Ja, damit. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ach, ich filme noch ein bisschen. Hier ist immer noch Wasser drin genug. Jawohl. So läuft es auf jeden Fall. Fehl. Bye. Bye. Tschüss. Bye. 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 Das war's für heute. Ach, kommt nicht ganz genug an. Ach, da kommt es jetzt genug an. Ach, da kommt es nicht genug an. So, ungefähr eine Stunde später. Es läuft aber noch. Ich lasse jetzt den Rest noch ein bisschen ablaufen und dann hat sich erst erledigt. Ich lasse jetzt den Rest noch ein bisschen ablaufen. Ich lasse jetzt den Rest noch ein bisschen ablaufen. Ich lasse jetzt den Rest noch ein bisschen ablaufen.